Götter Zertifikat B1 Prüfung, Sprechen Thema Gemeinsames Abendessen Brauchen die Familien ein gemeinsames Abendessen? Das Thema meiner Präsentation ist gemeinsames Abendessen. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Die gemeinsame Mehrzeit mit der Familie ist heutzutage leider weniger als Vergangenheit. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich esse oft mit meinen Eltern ein gemeinsames Abendessen. Wir versuchen so oft wie möglich zusammen zu essen. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. Die meisten Armenier haben ein gemeinsames Abendessen. Während die Erwachsenen zur Arbeit gehen, sind Kinder in der Schule und haben die Eltern keine Zeit für ein gemeinsames Mittagessen. Darum schöner, wenn man dann jedenfalls am Abend gemeinsam am Tisch sitzen kann. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Ich liebe es, wenn Essen mit der Familie oder mit den Freunden. Ein gutes Essen mit lieben Menschen am Tisch und nette, angerernte Gespräche. Was will man mehr? Man kann dabei wunderbar den Alltagsstress entspannen. Mit der ganzen Familie schmeckt das Essen gleich doppelt so gut und ist es noch gesund. Nachteil, in einigen Familien läuft voran das Essen der Fernseher oder Handy. Beim Essen sollte man sich immer Zeit lassen. Soll man nicht schnell wieder vor den Fernseher oder Computer zu sitzen. Meiner Meinung nach sollte man versuchen, wenigstens einmal am Tag gemeinsam bei Tisch zu sitzen. Gemeinsam kochen kann ebenso eine Verbindung schaffen wie andere gemeinsame Tätigkeiten. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.